1952 fand die erste Schweißen und Schneiden statt. Seitdem heißt es für uns und den DVS, unseren ideellen Träger und Partner, alle vier Jahre die Welt zu Gast in Essen. Und das darf man wörtlich nehmen. Denn in Essen trifft sich alles, was in der Welt der Füge, Trenn- und Beschichtungstechnik Rang und Namen hat. Aussteller aus mehr als 40 Nationen zeigen hier ihre Neuheiten. Und mehr als 50.000 Besucher aus mehr als 100 Ländern nutzen diese einmalige Plattform zur Information, Kommunikation und Vernetzung. Von Weltmessen wie der Schweißen und Schneiden profitieren aber nicht nur Aussteller und Besucher, sondern auch die ganze Stadt Essen. Lange im Voraus sind die Hotels ausgebucht und die Gastronomen stellen sich auf Hochbetrieb ein. Genau wie die Taxiunternehmen und viele andere Dienstleister. Und außerdem machen Essens große internationale Messen das Gesicht unserer schönen Stadt noch attraktiver. Und das ist ein ganzes Wörter. 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 Vielen Dank.